Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play King Kong. Es geht los. Wow. Heute am... Ach nö. Stimmt, da war ja was richtig. Es kommt wieder zurück alles. Ne, heute am 8.6. Ja, es ist ein bisschen her, wo ich aufgenommen hab. Haben wir heute überhaupt den 8., ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir auch nur den 7. Auf jeden Fall Sonntag ist heute. Okay, was müssen wir hier machen? Und ich bin schon überfordert. Wow. Ja, auf jeden Fall, ähm, es ist ein bisschen her, letzte Aufnahme. Ist ja nicht schlimm. Das Spiel war jetzt bisher nicht so überfordert, dass ich mir jetzt gedacht hab, wow. Ne, da kommst du nicht mehr rein. Ich brauch doch nur irgendwas, damit ich den Arsch ablenken kann. Ich muss doch die N retten. Oh, jetzt ist der hier wieder so langsam. N Hathaway. Wow, Moment, bitte nicht, äh, koten. Das wäre nicht so schön. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Das ist ein Witz sein. Ich hab hier so ungefähr noch gar nichts, äh. Du bist cool, ne? Du bist cool. Ja, ja. Okay. Ja, ich würd ja gern, aber ich find hier nix. Vielleicht soll ich den ganzen Dreck hier einfach abfackeln. Ja, bleib geschmeidig, Frau. Okay. Ich komm sofort zurück. So, guck mal, jetzt haben wir ihn auch hier schon mal. Du sollst einmal bitte. Okay, falscher Knopf, alles klar. Nein! N ist tot. Ja, es beginnt ja schon mal hervorragend. Ne, ich werd jetzt dann auch nicht allzu lange aufnehmen. Äh, ich schätze mal circa eine Stunde. Mal gucken, wie weit wir kommen überhaupt. Äh, jedenfalls dieses Levels hier kommen. Ich bin sehr gespannt, ja. Nein, ich, ich bin guter Dinge. Allerdings muss ich Sachen finden, um den Arsch abzulenken. Kann ja nicht sein. Äh, aber, guck mal, der ist so lahmarschig, ne. Es ist unglaublich. Okay. Aber schön, dass ich jetzt ein langes Wochenende, ähm. Und, ja, ich kam leider einfach nicht zum Aufnehmen, ne, weil, Freunde, ihr kenntet ja. So, aber jetzt, die, die Zeit will ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Ich versuche jetzt auch wieder so ein bisschen Rhythmus zu finden, äh, dass ich jetzt wieder regelmäßig aufnehmen kann und dann nicht direkt fünf, fünfmal, fünf Tage hintereinander, sondern, dass ich dann wirklich... Oh, ihr Fresse! Ich hab dich sowas von. Ich hab dich mit dem Stern, äh, mit dem Stern. Ich hab ihn doch beworfen. Was soll ich denn sonst noch machen? Sag mal. Ah, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, aber dass ich dann halt wieder so, keine Ahnung, unter der Woche dann mal ein paar Mal mehr dazukomme, weil es tut mir auch immer ganz gut, so nach so einem harten Arbeitstag mal aufzunehmen. Ich hab auch nicht unbedingt dabei, ein Bier zu trinken, so wie bei Crash Nitro Kart, weil ich glaube, jetzt hier bei King Kong und die letzten Crash Nitro Kart Sachen, auch viele Crash Nitro Kart Sachen, sind alle aufgenommen worden, entweder während meines Urlaubs oder aber als ich krank war. Und es kann ja nicht angehen, dass ich hier nicht checke, wie ich den Affenarsch ablenken kann. Ich würde sagen mit Feuer, weil hier alles voller Dornengestrück ist. Achso, Moment. Aha, aha, aha. Ja, ja, ist okay. Fick dich! Ah, jetzt, jetzt hab ich deine Aufmerksamkeit oder was? Hier, noch ein Zahnstocher. Böööö, muss ich hier weg! Ja, wie denn? Womit? Mit den Käsepikern hier oder was? Ach, scheiße. Ja, womit denn, Frau? Hier, guck mal, da. Hallo! Ja, ey, du bist echt, du sollst an Olympischen Spielen teilnehmen, Kollege. Fick dich! Ich hab dir den Fuß geworfen. Machst du die Tür auf, Frau, oder? Was geht ab? Okay, ich hab deine Aufmerksamkeit. Ich weiß noch nicht, ob das... Mach doch mal bitte die Tür auf. Ich hab hier ein Problem. Das ist ungefähr 40 Mal so groß wie ich. Arsch! Okay. Lass das bitte heile. Bitte lass das heile. Oh mein Gott. Ja, dann laber nicht so viel. Mach einfach. Ach du Scheiße! Genau, brüll mich bitte an. Mach doch bitte die Tür auf. Wo liegt das Problem? Nein, bitte nicht. Lass das heile. Ach, du Scheiße. Alten. Das Schlimme ist, ne, ich hab, äh... Assassin's Creed 2 gespielt, ne? Und dieses Spiel, was einfach mal, keine Ahnung, zehn Jahre älter ist. Okay, sagen wir mal, fünf Jahre älter. Lauf. Lauf. Lauf! Du passt da durch. Du passt da sowas von durch. Ah! Ah! Dankeschön! Nein, und das, das, äh... erzeugt mir einfach mehr Spannung und Nervenkitzel als dieses Assassin's Creed 2. Was auch kein schlechtes Spiel ist, auf keinen Fall. Also wie gesagt, viel besser als erster Teil, aber ich hab's das durchgespielt gehabt. Und so unterstrich, wenn man mal darüber nachdenkt. Ja, ich bin dabei. Hier, komm. Wollte grad sagen, fall jetzt nicht runter, Kollege, ey. Ah, komm. Lauf, Schlampo. Wir müssen hier weg. Ja, komm, folg mir bitte. Wow, wo müssen wir hin? Ja, okay. Ne, aber auf jeden Fall, ähm... Wenn man mal drüber nachdenkt. War's das? Darf ich reden? Ja? Okay. Nein, darf ich nicht. Okay. Ja, das hoffe ich doch. Ja, aber das ist halt wirklich, äh... So, sowas von ein leichtes Spiel eigentlich, ne? Die meisten Probleme hatte ich tatsächlich mit der Spielmechanik. Ja, und nun soll ich jetzt, äh... Einfach vorgehen, oder was? Ach so, Kapitel vorbei. Wo sind die anderen? Lumpy, Preston. Nur wir vier sind noch übrig, Miss Darrow. Machen wir diesem Albtraum ein Ende. Los, finden wir Engelhorn und dann nichts wie weg hier. So, okay. Dann darf ich jetzt noch mal ein bisschen über... Lass es sich mit ablästern. Hey, nein. Wie gesagt, mir hat das Spiel Spaß gemacht. Es hat mir gefallen. Okay, komm. Geil. Darf ich wieder prügeln? Ja, aber letztendlich ist... Es bietet unglaublich große... Welten. Aber es ist alles eigentlich nur eine Fassade, weil man da sehr wenig mit den Welten anfangen kann. Ich folge euch einfach mal. Unaufdringlich. Hier so eine Waffe vielleicht? Ja, bei mir vielleicht. Ich folge dir schon, Frau, ne? Ey, wieso kannst du klettern? Ich will auch klettern. Warum kann die das? Ähm. Ja gut, dann gehe ich jetzt erst mal da weiter, oder? Wie dumm. Das finde ich jetzt aber schon ein bisschen fragwürdig. Lass die Olle mal allein und wir schwimmen jetzt mal ein bisschen hier durch den Blutegel für solche Gewässer. Schön. Oh, guck mal, da ist er ja. Da freut sich aber jemand, die hier endzusehen. Er wird dir nichts tun. Das ist Jack, mein Freund. Komm, bleib doch hier. Aber er... Ähm. Ja. Und er wird mir nichts... Ähm. Da oben ist eine Tür. Wir kommen hier raus. Ach du Scheiße. Boah, es sieht so nach Kampf aus, ne? Ihr habt doch keine Waffen. Ja, scheiße. Ja gut, ich folg dir einfach mal. Wenn du uns das... Ja toll, das bringt mir auch nichts. Wieder hinten gucken, keine Waffe ab. Ich will doch vielleicht gar nicht sehen, was mich tötet. Oh mein Gott. Äh. Her mit der Waffe, her mit der Waffe. Jawoll. Komm her. Pumms. Pixer, ey. Ah. Okay, sollst du auch jemand ohne Fahrschein hier? Die laufe ich nochmal nach genauso. Okay. Es war eh nur einer. Es ist okay. Es ist okay. Boah, halt die Fresse. Sei nicht so pessimistisch. So gefällt mir ja gar nicht. Hallo. Warum fällst du dich um? Warum fällst du dich um? Geht doch. Okay, dann lad bitte nach. Fix. Wie, er ist tot? Warum ist der tot? Hä? Durch, durch den Stein gebissen, oder? Habe ich meine Waffe? Ja, okay. Alles klar. Ja, dann mach du mal. Ihr kommt klar soweit, ne? Soll ruhig alle auf mich gehen. Da habe ich ja eigentlich jetzt keinen Druck. Scheiße. Oh mein Gott, okay. Och, du. Ihr seid echt auf jeden Fall ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Aber ich brauche hier mal ein bisschen so King Kong-technische Hilfe. Ich denke, das schleppst du mal weg. Ja, was machst du denn? Nur umsitzen. Damit machst du dich aber nützlich. Wow. Fuck. Ja, wo denn noch überall? Ich habe ja nur ein Gewehr. Ach du Scheiße. Okay. Komm, komm wieder klar. Komm schon, Jack. Komm schon. Sind jetzt gleich alle tot hier, oder was? Ich brauche wieder Leben. Danke. Oh, fuck. Ich seh die immer so spät. Die sind doch auch getarnt hier. Noch ein bisschen Blei in den Arsch gepumpt. Ich finde, das war's jetzt auch so langsam. Ja, sagst du jetzt. Wart mal drei, jetzt zieh du sauer weiter ab. Da kam doch was, oder? Ja, alles klar. Ah, komm her, komm her, komm her. Ich glaube, du bist geschichtet. Oh, fuck. Alter. Ey, lass mal schön meine Kollegen in Frieden. Okay, fuck, 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 fuck. Hilf mir mal bitte jemand. Hilf mir mal bitte jemand. Danke, Mann. So, du Wichser, ey. Oh, kann ich angehen hier. Aber schön. Meine Kollegen haben mich gerettet. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wie schießt du doch in den Kopf? Dreimal hab ich dir in den Kopf geschossen. Ja, toll. Ich hoffe, wir sind mal Kong. Willst du noch Musik zu? Ah, okay. Nur so einer. Stirb. Fick dich. Oh mein Gott. Ach du Scheiß, okay. Wir könnten doch ein kleines Problem haben. Okay, ich glaube, der große ist Geschichte. Sauber. Du bist jetzt auch weg? Fuck. Müsst du dich wohl in Frieden? Oh mein Gott. Okay, jetzt hab ich echt nicht mehr so für Munition. Du musst mir eine Sperre getötet. Hervorragend. Alter, ja. Wir müssen hier weg. Brennt mal bitte einer an. Ich bin nur jetzt nicht dafür verantwortlich. Alter. Okay. Ja, ich hab den... Ja, hab ich verstanden. Das sollten wir finden können. Höh. Wir haben zwei Tunnel gefunden, die wir erforschen müssen. Kommst du mit mir, Jack? Nö. Wo gehst du denn hin? Kommst du zu mir oder... Boah, du bist so schnell. Und das Barfuß, das muss doch wehtun. Jack, ich bin direkt hinter dir. Du bist hinter mir. Das stimmt nicht. Du zeigst mir gerade den Weg. Ich hoffe, hier war jetzt ein Speicherpunkt. Alles andere wäre nicht gut. Wir werden beide gehen, Jack. Ja, ich komm doch schon. Bleib cool. Oh, hier ist noch wieder Würmer und so'n Scheiß. Äh. Ruf den Scheiß. Äh, äh. Äh, äh. Ja, okay. Hier kann man wahrscheinlich wieder durchwerfen, weil hier gleich wieder Wasser ist oder so'n Scheiß. Da ist kein Feuer. Ich hab's doch gewusst! Nö, mal bitte stirb... Nö, mal an. Okay. Cool bleiben, Frau. Cool bleiben. Du bist tot, ne? Gut. Du bist doch wieder... Okay. Wir brauchen Feuer. Oh, ich dachte schon, da oben ist ein Wurm. Das war aber mein... Das Gephranse von meinem... Dingens hier. Okay, hier sind scheinbar auch wieder ganz viele Tierchens. die hier alles schon nicht mag. Ah, okay. Wo ist das Feuer? Also ich behaupte mal, es wird dann hier irgendwo sein. Hm. Wir müssen die Urne da drüben anzünden. Feuer bekommen wir auf der anderen Seite. Ah. Okay, und hier ist schon mal ein Wasserfall. Ach, du Kacke! Wo bist du denn? Ach, du bist doch nicht so cool, wie ich dachte. Warum? Ist mein Speer weg? So, wups. Wie? Sind die Gegner? Nee, ne? Doch, wir sind Gegner. Ich hör's doch. Och, du Scheiße! So. Au! Okay, nehmen wir mal einen ohne Feuer. Ist auch nicht so... ...und cool. So. So, meine Fresse. War's doch jetzt hier? Das Feuerding ist weg, okay. Oh, es brennt zumindest nicht mehr. Aber wo müssen wir das denn jetzt hinschmeißen? Da oben hin, ne? Hui! Gut gemacht. Gut gemacht. Dankeschön. Bisschen mehr kann ich auch. Ah, muss ich erwarten. Ach, komm schon. Bitte bürne etwas schneller. So, können wir jetzt hier schon mal das Feuer mitnehmen? Oh, ein bisschen anbrennen! Fick dich. Dankeschön. So, okay. Das heißt, von hier aus müssen wir den auch irgendwo hin... Okay, wahrscheinlich hier einmal da drauf. So, damit das brennt. Hervorragend. Ich brauche einen neuen Stock. Da sind Stöcker. Bleckendecker, Bleckendecker. Alter, das war... Das war schon ein cooler Move. Das muss ich dir lassen. Neidlos. Ich, ich! Auf rum zu jammern, Frau! Wo ist die Olle? Achso. Du wurdest gerade von der Krabbe vergewaltigt. Das ist es halt so. Habe ich da nicht gerade noch was gesehen? Wutsch. Aber echt schön, mal wieder so ein Spiel zu spielen. So nach so einem Assassin's Creed, wie gesagt. Also, das ist halt was ganz anderes. Da dümmelt man halt mehr oder weniger die ganze Zeit so rum und denkt sich, ach komm, mach ich mal ein Missionchen.